Simon Cowell ist einer der erfolgreichsten TV-Formate-Macher der Welt. Er entwickelte Shows wie Britain's Got Talent, X-Factor oder American Idol. Darüber hinaus ist er auch als Jury-Mitglied tätig. Seine Kritik ist gefürchtet, denn Simon Cowell gilt als harter Hund. Manchmal teilt er ganz schön aus und dafür bekam er bei Britain's Got Talent nun die Quittung. Im großen Live-Finale enterte eine ehemalige Kandidatin die Bühne und bewarf Simon mit Eiern. Und das alles als zwei Teilnehmer performten. Die Attacke entwickelt sich bei YouTube derzeit zum Hit. Knapp 600.000 Menschen wollten schon sehen, wie Simon Cowell unter Beschuss gerät. Getroffen hat die Kandidatin nicht. Immerhin, bei ihren Kollegen, denen sie die Show stahl, hat sie sich später entschuldigt.